Hallo! Hallo, ich bin deutsch. Was? Ich hab die ganze Versuch mit Axt auf mich raus zu gehen. Was hast du gesagt? Was? Ich versteh dich nicht. Please go away. Warum? Hallo. Ja, hallo. Mich hat man schon in game, oder? Bist du deutsch? Ja. Ja, ich bin deutsch. Ich rede auch die ganze Zeit deutsch mit dir. Würdest du mit mir laufen? Ich würde eigentlich lieber in der Stadt bleiben. 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 Mit Kumpels im Teamspeak. Man sieht sich da, ne? Ja, sehen uns. Deine Einschützung umlegen oder nicht umlegen? Er hat halt Kumpels im Teamspeak. Jo, was los? In welcher Stadt bin ich? Kamishovo. In welcher Stadt? Kamishovo. Dankeschön. Jo, kein Problem. Er hat Kumpels im Teamspeak und er heißt Henry. Ist kein Klantück. Das ist ja mit ihm zusammengehört, den wir gerade umgelegt haben. Möglich, ne? Aber er weiß nicht mal, welche Stadt das hier ist und will weg aus Kamishovo. Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm rennen will. Da kommt einer. Elektroseite. Schau, hier ist doch was los. Da ist doch einer bei dir, glaube ich. Ja, und da ist einer bei dir auch. Ja, ja. Mit der Rohrschlange. Ist doch feindlich. Hallo! Hallo! What's up? Buddy! Here! I'm right here, dude! I'm right here! Hallo! 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 Dude! I'm right here! I'm right here! Hallo! 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 Wie sieht es bei deinem aus? Wir haben Bambi Da hab ich jetzt noch nichts getan Jetzt schützt der Motorradhelm Hallo, wassup? Jetzt schützt der Motorradhelm wieder vor Dingen Wer ist das? War das? Jetzt schützt der Motorradhelm wieder vor Schlägen Was los? Was sag ich nochmal? Du leckst ein bisschen, kommt mir vor Echt? Tu ich das? Ha, komisch Leck ich Wirklich? Ich hab einen 43er Ping, keine Ahnung Weiß nicht Rent noch irgendwann da rum Wo? Im Haus oder so Ah, da ist einer, ich seh ihn, da ist eine Waffe Wow Fuck Er hat eine Schusswaffe Er hat eine Alkane gescheitlingste Ich hab ihn ausgenockt Bist auf, dass der Robotslanger jetzt nicht noch ein Affen macht Der ist gerade schon auf mich los gegangen Na, das war klar Wow, buddy, you fucked up Ich hab beide ziemlich abgelost, Leute Ziemlich hart Aber du bist tot, oder? Ja Fuck War aus irgendeinem Grund meine Macht nicht mehr nachgekommt Richtig Hm, jetzt hab ich die AK Ich mein, jetzt haben wir die Kugeln da versteckt Scheiße Wir sollen den das doch an Hm Das sah ja aus wie ein Freshie eigentlich nữa Ich bin ein